Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Wizard Empire. Natürlich heute wieder mit dem Razamon und den Herrn Blaise. Und es ist immer wieder keine Bildfolge, sondern eine normale Folge und es geht ab die Post hier. Aber ich muss gerade wieder mir einen goldenen Apfel reinziehen. Ich habe übrigens gelesen, dass es einen besseren Hopper gibt, wo man so quasi einen Filter einstellen kann. Und damit könnte man so quasi diese Blutsteine und diese Blutscharts herstellen automatisieren. Egal. Machst du das Ritual bei dir jetzt oder? Ja, ich habe nur was ganz was Wichtiges vergessen. Um mir das Bild aufzumachen, ich muss mir mal eben schon einen zweiten Rechner machen. Wie heißt der Zauber? Enchantment. Enchantment. Moment. Es müsste so einen besseren Enchantment Table geben, oder? Hab ich gesagt. Hast du gesagt? Ja, ich habe aber keine Ahnung, wie das Vehicle heißt. Äh, Enchantment Plus, von dem ist das, oder? Möglich. Ein 20 Enchantment Table von Enchantment Plus. Was brauchen wir denn dafür? Wir brauchen normale Enchantment Table, den haben wir schon, oder? Oder noch nicht? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube nicht. Und dann brauchen wir noch einen Bug und Quill, einen Ender Eye, vier Goldbarren und zwei Obsidianen. Dann können wir den. Und ich glaube, da kann man nämlich dann einstellen, was man entscheiden will. Und da könnten wir zum Beispiel auch Silky Touch drauf machen, wenn wir nämlich dann Diamanten und Mimi Cheetah Farm gehen. Okay. So, und die brauche ich gleich. So, wir haben auch noch eine Session, das heißt, hier ist erstmal ein Goldenen Apfel. Einfach nur, damit es bequemer ist. Du darfst da jetzt nicht durch ein Portal oder so gehen, ne? Da habe ich jetzt auch nicht vor, du gerade. So, ich muss ja meine Slime Boys hier. Ich brauche mal eine Kiste für Nahrungsmittel. Also ich muss sowieso hier irgendwie... Ach, scheiße, ich muss heute trotzdem nochmal einen Apfel fressen, ne? Ja, kannst du ja, haben ja genug. Äh, Moment, Moment, Moment. Ich drehe durch. Ich brauche unbedingt in Ordnung hier mein System, aber ich komme einfach nicht dazu. Da brauche ich hier das hier, okay? Ich hatte noch Kisten, habe ich gerade gesehen. Verdammt, scheiße. So, da sind ja noch Kisten. Ich packe mal meinen Nahrungsmittel irgendwie hier in so eine Kiste rein. Wo hänge ich die denn mal hin? Meine Kisten sind sowas von... Ich bin eigentlich der Einzige, der auf einer dreckigen Plattform lebt, ne? Ach, scheiße, ich habe meinen Ritzer-Untensil nicht dabei. Willst du meins haben? Nö, ich ritze mich mit meinem eigenen Zeug. Brauchst du noch Blut oder was für dein Ritual oder wie? Nö, ich muss jetzt erstmal noch die zwei Kapseln herstellen. Okay, ja. Aus der Garst hier und dem Ding, ne? Okay. Wo ist mein Ritzer-Tool? Hier. So, ich mache mal... Habe ich noch irgendeine Krone? Habe ich noch. So. Wie kann ich nicht fliegen? Was ist denn das hier? Ich glaube so. Ich gehe mal eben schnell in Baum fällen, damit wir noch genug Apple für die nächste Zeit haben. Können wir zwar auch in Bilding-Folgen machen, aber... Ich muss ja eh jetzt weiter, bis du das Ritual fertig hast. Fertig. Okay. Machst du dir so ein Ritual aus. Ja, vorher muss ich noch mal in die Hölle... Achso, du hast dir schon zwei Diamantschwerter gemacht, ne? Habe ich schon, ja. Ich bringe ihn ja gleich mit. Ich komme dann gleich zu dir. Moment, ich brauche ja vorher... Ich kann dir das gar noch gar nicht machen. Was brauchst du jetzt schon wieder? Noch Diamanten, noch Mimizite. Wie viele Diamanten brauchst du? Drei Stück. Dann haben wir aber keine mehr. Ich gucke gleich. Ich müsste noch, glaube ich, Mimizite haben. Ich habe noch sieben. Ich habe mal mehr, aber keine Ahnung, wo das hin ist, ne? Ich bin bestimmt gestorben oder so, wie ich das auch mal mache. Aber deswegen sage ich ja Fortun... Ne, Fortun, genau. Fortun war es nicht so, ich habe schon... Fortun auf einer Spitzhacke. Und dann Mimizite und Diamantenfarm gehen. Was mir aber auch gesagt worden ist, wir sollten mal ins andere Portal gehen, weil da viel einfacher... Da ist halt Diamanten viel mehr an der Decke und so was. Und Mimizite. Das ist viel einfacher. Aha. In den Twilight Forest oder was das ist. Aha. Ja. Meine Abonnenten sind wirklich gut drauf in diesem Projekt. Da muss ich mal hier loben jetzt. Die sagen mir mal schon gute Tipps. Also einige von denen. Und finde ich richtig gut. Weiter so. Wie nützliche Tipps können wir gebrauchen? Und ja, wir fragen auch, wann das erste Duell stattfindet. Das ist einfach... Ja, vielleicht sag mal, wann findet unser erstes Duell statt? Wahrscheinlich gar nicht. Ja, so kann man es nicht sagen. Aber es ist halt sehr schwierig, weil die Leute einfach nicht da sind, wenn wir da sind. Genau. Also wir werden auch nicht wirklich herausgefordert. Also, weil halt eben zu der Zeit keiner aufnimmt, keiner da ist, ähm, ja. Es gab eh bis jetzt erst zwei Duelle. Also, es ist jetzt nicht so, als würde es es Unmengen an Duellen geben. Beides machen wir da, du beschäftigst. Aber der ist ja auch immer da. Das zählt also nicht. Bestimmt, ja. Wie viel Holz so ein scheiß Baum abwirft, ne? So, das ist eh klafft. Blood Magic. Das ist wirklich egal. Das ist einfach Wayne. Ja, weil du kriegst keinen Fallschaden. Und weil du kriegst ja Fallschaden, wenn ich mit anderen Dingen unterwegs bin. Verstehst du? Aber jetzt ja nicht mehr. Weil du ja fliegen, weil ich ja fliegen kann. Neben uns die Häuser werden auch immer größer, hab ich so das Gefühl. Ähm, wo habe ich das letzte Mal gefunden noch? Ich habe einen Screenshot extra gemacht, aber an den komme ich jetzt nicht ran, wegen Vollbild und so. Dann müssen wir das anders suchen. Aber dann haben wir das jetzt wieder nicht übernommen. Oh Gott. Oh, hier ist nicht ein goldener Apfel, ein goldener. Und da liegen noch mehr goldene Apfel. Und das hast du nicht gesehen. So. Ich muss eben mal ganz deutlich nachkommen. Wie komme ich mit den Diamanten zu dir, wenn ich noch welche habe? Ach, jetzt muss ich jetzt mal eine neue Kiste craften, damit ich das ganze Gedöns wieder irgendwo hinkriege. Verdammter Scheiße hier. So. Nehmen wir mal die Kisten hier. Danke. Wie stellen wir das denn jetzt hin, das stellen wir einfach daneben. Wie viel Farbe ich einfach habe, ne? Ab nochmal. Gott, ist die, ist die Scheide gerade langsam. 21 Goldene Apfel. Ich habe 21 Goldene Apfel gekriegt. So. Da haben wir es doch. Das Bild, das ich suchte. Okay. Sollte so passen. So. Wie gesagt, ähm. Ich komme sofort zurück. Ich muss eben noch den Baum hier einsammeln, den ganzen, das ganze Zeug davon, ne? Sonst mache ich vorher wirklich nochmal kurz hin und näher. Pass mal, wenn ich vorbeikomme, ich gucke mal eben, ob ich die Diamanten habe, dann kannst du eben die schon mal anbohlen kommen, wenn du willst. Und die beiden Schwerter von mir ist auch. Oh, das eine kannst du selbst machen. Ja, oder das ist ja auch egal. Noch mehr Goldene Apfel, ich habe sogar 22 Jahren gehabt. Geil. Da ist ja schon wieder da, ist ja schon wieder da. Ich muss eben hier mein Zeug wegbekommen. Weil Emeralds bleiben zwei übrig. Das ist schon mal ganz gut. So, ich muss mal gucken. Hier habe ich die Diamantschwerter. Ich habe hier diejenigen gepackt. Hier sind sie nicht mehr. Gut. Hat der man geklaut? Drei Diamanten habe ich noch. Einen würde ich gerne behalten wollen. Reichen dir zwei? Noch oder was? Ja, wenn du noch zwei Mimichite hast. Oder eins. Ein Mimichite brauche ich noch. Ein einziges Mimichite. Ja. Mimichite. Und dann gehe ich eh, wenn ich das Schwert habe, Mimichite farmen. Wir brauchen noch ein paar mehr. Ich suche gerade die Diamantschwerter. Ach, hier sind die einmal ein Schwerter. Ich habe aber keine Mimichite mehr. Hast du noch einen Diamanten übrig, wenn ich dir jetzt drei gebe, dass wir noch einen haben in der Reserve? Wenn du mir jetzt drei gibst, dann hast du noch einen übrig. Ich nicht. Nein, wenn ich dir jetzt drei gebe, dann habe ich keinen mehr übrig. Wenn ich jetzt zwei gebe, habe ich einen übrig. Wie viel brauchst du jetzt noch genau? Drei Stück. Wie viel? Ein Mimichite reicht noch? Ein Mimichite reicht mir. Dann gebe ich dir jetzt die zwei Diamanten. Ja. Dann gebe ich dir eine Mimichite. Ja. Und hier die beiden Schwerter. Obwohl ich mit dem zweiten Schwerter komme ich ja gleich hinterher. Ich mache das dann auch. Nimm mir das Schwert mit. Ja, aber ich muss eben das Zeug noch einsammeln. Ich muss erst die Steine quasi in die richtige Farbe ordnen. Okay. Das klappt jetzt alles, so wie ich mir das denke. Ich habe keine OP-Apfel gekriegt. Was ist denn das für ein Scheiß hier? So. Ich brauche dieses Ding hier. Jetzt habe ich mir das Schwert getroppt. Das ist mal gut. So. So. Man hat mir übrigens gesagt, das reicht, wenn man Einsetzlinge setzt. Probieren wir das mal aus, ne? Da ist ein Zombie. Das Schwert darf ich nicht benutzen, ne? Das muss voll sein, oder? Muss voll sein, ja. Ich meine, das ist schon sehr ärgerlich gewesen. Leider kein Kopf getroppt. Schade. Blau. Rot. So. Leute, ich habe noch 40 goldene Äpfel, dann, wenn ich jetzt noch zwei verbrauche. Sollte es sich ausgehen. Äh. Warum funktioniert denn das nicht? Jetzt nicht mehr ins Bett. Ich gehe mal in dein Bett. Gute Nacht. Dann wache ich jetzt mal bei dir auf, ne? Achso. Ich brauche, ich brauche, ich brauche ja Blut in meinem Stein hier drin. Dein Opfer hat auch ein bisschen. Ich kann auch ein bisschen Opfern, ja. Bin da. Welches war jetzt der ganz große? Was ganz große? Äh. Von den Orbs. Der blaue, ne? Äh. Äh. Ich habe nur einen mit. Zumal weiß ich nicht. In welchen Stein baust du Blut? In den hier? Ne, in keinen. Ich muss das hier. Wie, 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 wie ging das? Das sind Ritualrundungen. Du baust was für welche? Ähm. Ne. Das sind ja quasi die, die, ähm. Die, die, die Ritualsteine, ne? Ja. So, und die muss ich jetzt mit diesem, mit dieser Wünschlerrute, muss ich die, ähm, ähm, quasi irgendwie farbig umändern, ne? Ich habe aber keine Ahnung gerade wie. Oh, mein Op. Schmeiß mal bitte mein Op wieder hin. Danke. Ja, das ist sogar meiner. Ja, weiß ich auch nicht. Guck jetzt gerade mal. Mach mal. So. Blut habe ich ja noch. Theoretisch genug. Dann bleibt mein Opfersteine eben hier. Was sind meine anderen Steine? Da. Der Blau ist ja groß, der Rot ist der erste, ne? Genau. So, das haben wir dabei, das haben wir dabei, das haben wir dabei, das haben wir dabei, das ist prima. Das lassen wir mal schnell. So, dann gucken wir mal. Das ist klar. So. Gucken wir mal, wie lange ich bis zum Netherportal brauche. Mit Turbo Speed. Also von meinem Haus bis zum Netherportal würde ich sagen, 20 Sekunden. Okay. Ist gut, oder? Die Welt ist noch nicht mal aufgeboren, ich bin schon da. Blup. So. Mal hier rein. Ich gucke mal, ob ich noch so ein Wisserskidett kriege, weil ich immer noch ein Zombie-Head brauche. Okay. Und die Dropschwunsch wohl nicht so hoch ist. Aber jetzt muss ich noch einen goldenen Apfel fressen, sonst kann ich nicht mehr fliegen, richtig? Wirklich? Wo waren die Netherfesten, weißt du das noch in welche Richtung die war? Äh... Pfff... Nicht weit weg. Ja, nicht weit weg, das weiß ich noch. Ich suche einfach mal. Das ist ein Notboy einfach mit Michita, das ist auch immer gut. Das ist doch nachzulesen, ich brauche das Ding. Was ist denn der? Seh die Hunde runter? Komm her, du Gars, ich töte dich mal einfach. Wenn mir der Dropdreht mit Tränen oder so. Das war voll gekrittet, ey. Ne, keine Tränen getroffen, schade. Ist ja noch einer, der ist da oben drüber. Geil, denke ich auch noch töten. Ich gehe jetzt gerade auf Garst-Jagd, warum auch immer. Eigentlich wollte ich ja... ...Wisserskidette farmen. Aber ich finde gerade die Festung nicht, ne? Welche Richtung war die denn? Nicht so was, die Festung. Vielleicht gucken wir nach, wie die Opfersteine gemacht werden. Ja, ich glaube, ich brauche was anderes. Was brauchst du denn jetzt noch? Ich dachte, wir können das jetzt mal hinbekommen. Noch mal einen Diamanten. Noch einen Diamanten? Ja, anscheinend werden die nicht mit dem Ritual hier... ...mit der Wünschlrose, die ich mir gemacht habe, gemacht. Dass hier überall was anderes steht, ne? So, warte mal. Warum kann ich nicht mehr fliegen? Was ist denn das für ein Scheiß? Wow. Ich habe vorhin in die Lava gesprungen, weißt du, weil ich dachte immer... ...oh, ich fliege dann einfach, wenn ich da unten bin. Oh mein Gott. Alle Leute haben mich wahrscheinlich schon wieder sterben sehen. Aber, wie ihr seht, lebe ich noch. Wie ich das geschafft habe, weiß ich allerdings auch nicht. Bleibt mein Geheimnis. Okay, ich brauche jetzt erst mal drei Einmal Lava. Ja, die wirst du ja wohl einfach kriegen. Ja. Das ärgert mich jetzt. Ärgert mich jetzt richtig. Ja. So, habe ich denn noch Eisen? Ich glaube nämlich nicht mehr. Das wäre ärgerlich. Aber ich habe nur fünf Eimer. Ich bin jetzt gerade am Fliegen, hoffe ich. Mit Laufbahn. In welche Richtung ist der Laufbahn? Hallo? So, den habe ich. Bei Glas brauche ich noch. Glas habe ich auch. Da brauche ich noch zwei Obsidianen. Die müsste ich auch haben. Jetzt brauche ich nur noch einen Diamanten. So, das heißt, ich komme jetzt eben in der Nieder. Und gehe ein bisschen Mimichite farmen. Ja, da kann ich mir hier ankommst. Kann ich jetzt direkt ihm jetzt Mimichite geben. Ja, aber das Problem ist, ich habe deine Diamanten nicht. Der ist zu Hause. Und dann darf ich ihn nicht nehmen. Wie sieht das eigentlich aus? Bei wie vielen Minuten sind wir denn? 17. Ich komme raus. Ich komme eben raus. Ich bin so schneller als du. Okay. Golde Äpfel haben wir uns gefressen, aber was soll's. Also ich habe auch noch über 15 Stück. Ich glaube 16 Stück oder so. Ja, ich habe 40. Aber ich bräuchte noch Lava, 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 Lava. Kriegen die am schnellsten her? Ach, ich war jetzt unter meinem Haus. Ja, wie sagt ihr die? Da kriegst du ja, guck mal. Ich überhole dich da eben. Bist du nur so schnell? Das ist meine Sischel of the Air. Achso. Kostet halt Blut. Ohne Ende. Also das ist quasi hier der Furzantrieb, ja? Genau. Oh, Moment, wo ist jetzt mein Haus? Muss irgendwo hier sein. Ich komme gleich bei dir vorbei, ja? Ja. Ich stelle eben den Diamanten her und gebe dir den. Ja. Und dann probieren wir es weiter, ne? Wo habe ich jetzt den letzten Diamanten gelassen? Oh, okay. Packt es schon wieder. Oh, alles verschwindet aber bei mir. Ich hatte noch einen Diamanten, ne? So viel war klar. Ja. Letzte Kiste hinten rechts. Mein Ohr bist du runtergefallen. Verdammt, was? Wo, wo, was? Die hinten einste? Nein, da sind Äpfel drin. Da ist ja jemand. So, Crafting Table. Diamant oben links, ne? Ja. Da habe ich mir eine Stress umsonst gemacht. Dankeschön. Was Stress umsonst? Wieso? Hallo. Weil ich vier Diamanten im Prinzip. Ich habe ja nur noch 52 Mimishiti hier in meiner Kiste, ne? Ach so, ja dann. Ich bin so dumm, aber nicht mehr. Der Diamant bleibt jetzt schnell da. Oh, ich habe die Hälfte meines Blut, allerdings verbraucht, nachdem ich nur her fliege. Ich muss mir erstmal mein Blut wieder aufzapfen. 1928, oh, dann darf ich diese Folge noch mal mit verschwenden, um mein Blutaltar wieder vollzukriegen. Also nicht mein Blutaltar, mein Reservo, damit ich gleich wieder in die Hölle kann, um mir noch so ein Bitter-Skelett zu holen. Ich will ja dies tun. Ach ja. Lava, die Lava. So, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.